»Warst du bei Oma Maria?« fragte Natascha. »Ja, mein Kind, sie lässt dich grüßen. Es geht ihr gut. Wir haben schon unseren Flug am Freitagnachmittag nach Zürich gebucht.« »Habt ihr gehört?« schrie Natascha in die Runde. »Wir fliegen am Freitag nach Zürich.« Aus drei jungen Kehlen kam begeistert. »Geil!« Sie aßen ihre etwas angekohlten Äpfel und warteten auf die Kartoffeln. Als diese gar waren, bekam jeder von Katharina einen Teller und aus einer großen Schüssel einen Löffel Quark, ein Stück Butter und natürlich Salz. Katharina hatte Decken ins Gras gelegt und Kissen, auf denen sie vergnügt ihre Teller leer aßen. Natascha meinte, »Mir schmecken die Kartoffeln so am allerbesten, besser als aus der Küche.« »Ja, mir auch«, meinte Max. »Können wir das morgen auch machen, wenn du weg bist, Katharina?« »Natürlich, ihr Süßen. Ich zeige Elen, wie es geht und du, Max, hast mir heute schon zugeschaut und geholfen. Das schafft ihr auch ohne mich.« Agnes beobachtete Katharina. »Wie schade, dass sie keine Kinder hat. Sie hat eine so wunderbare Art, auf sie einzugehen. Wenn sie morgen fährt, wird sie mir sehr fehlen.« Dann ließ auch sie sich die Kartoffeln mit Quark schmecken. Sie saßen noch eine Weile im herbstlichen Garten und sahen in die Glut, wie das Feuer langsam erlosch. Die Decken wurden geschüttelt, fein zusammengelegt, ins Zelt gepackt, die Holzscheite, die sie nicht gebraucht hatten, versorgt, Teller und Besteck ins Haus gebracht. Wohlwollend und zufrieden schaute Katharina dieser Putzarier zu. »Wenn ihr das morgen auch so macht, wird Agnes begeistert sein.« Dann verabschiedeten sich die beiden Freunde, die von ihren Müttern abgeholt wurden. Alle gingen ins Haus. »Großmutter? Ab morgen,« meinte Max, »großmütig gebe ich dir italienisch Unterricht.«